Würmla ist eine kleine Gemeinde in Niederösterreich, die ein Experiment wagt. Um die Kluft zwischen Stadt und Land zu verringern, wurde Würmla 2019 zum Schauplatz eines Kunstprojekts. Was passiert, wenn man urbane Kunst in ein unscheinbares Dorf bringt? Ungenützte Fassaden zu Leinwänden und die persönlichen Geschichten der Dorfbewohner zum Inhalt ihrer Wände werden. Sie erzählen von ihren Wünschen, was sie beschäftigt und bewegt. Die Lebensmittelketten matchen sich untereinander. Wer kann einen billigen Preis am Längen holen? Ich bin zufrieden. Wenn man zufrieden ist, kann man das Leben viel leichter backen. Es entstehen 13 Begegnungsflächen. Eine Wanderroute verbindet die Wände miteinander. Ein Buch erzählt die Geschichten hinter den Fassaden. Es entsteht eine Brücke zwischen Stadt und Land. Denn nicht nur im Dorf spricht man über die Wände. Die Geschichten werden zum Gesprächsthema in ganz Österreich. Das Projekt nennt sich Rummlers Wände. Ja, Würmler. Noch nie davon gehört. Das ist nicht für viele gerade für viele Sehenswürdigkeiten bekannt. Das Projekt nennt sich. 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 Vielen Dank.